so da ich nicht weiß wie lange das dauert bis das baby auf die welt kommt dachte ich ich ziehe lieber heute schon mal das neue monatsmuster das muster für den monat august durch die kamera selber nicht was ich jetzt gezogen habe schauen wir mal nach und das neue muster ist invisible thorns dass dass es dass es 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 Vielen Dank.